Der große Emo-Krieg war eine echte Auseinandersetzung zwischen Emus und der australischen Armee im Jahr 1932. Die fast zwei Meter großen Laufvögel sind eigentlich Einzelgänger, solange keine Nahrungsmittelknappheit herrscht. Genau dazu kam es aber im Jahr 1932 und tausende Tiere zentrappelten auf der Suche nach Futter, die Ernte australischer Bauern. Die Bevölkerung hatte sowieso schon unter der Wirtschaftskrise zu leiden und sah ihre Existenz bedroht, weshalb sie die Armee um Hilfe bat. Trotz des Einsatzes schwerer Maschinengewehre und einem extrem hohen Munitionsverbrauch konnten die Soldaten jedoch zunächst keine Emus erlegen. Die Tiere passten sich der Bedrohung sogar an und wie beim Schutz gegen Raubtiere hielt immer ein Emo in der Gruppe Ausschau nach Soldaten, um die anderen zu warnen. Hinzu kam eine Fluggeschwindigkeit von bis zu 50 kmh, weshalb nach mehreren Wochen nur knapp 1000 Emus erlegt wurden, was den Bestand kaum beeinträchtigte. Das Problem trat in den folgenden Jahren immer wieder auf, doch die Armee wurde nicht mehr eingesetzt. Erster Bau eines 135 meilen langen Zauns im Jahr 1953 schaffte langfristig Abhilfe.